Ja, es gab einen Disput, eine Auseinandersetzung zwischen Gignac und Gigi. So etwas kann bei jedem Profifußballverein vorkommen. Ich bestrafe Spieler für so etwas nie. Ich habe noch nie etwas gegen einen Spieler in meiner Karriere unternommen. Ich glaube mehr an Vergebung und Versöhnung als an Bestrafung. Ich habe nicht mit den beiden gesprochen. Das ist nichts, was wir uns wünschen, aber das hat keine Auswirkung auf die Mannschaft.